ja hi und willkommen mein name ist dein yp und ich bin mit dem mario master und da hinten ist eine insel auf die wir gerade zu steuern ja wir sind jetzt wieder immer noch hier wir machen mal so wie steuern auf eine insel zu anker und ich richten ja licht licht den anker also anker gelichtet also gemacht gut so dass man das rechte aufgehen es läuft eigentlich nur ja am farben hier habe ich so gefühl ich bin die ganze dabei der weiterzubauen ja mit den der zweiten etage ist ein dekorationspaket das war schöne wunder entdecke ich hier schon wieder sonnenblut bist du für die sunflower ja das ist ein flower okay was haben wir noch ja ich habe so keinen platz für irgendwas ich auch nicht da bin ich bin durchs loch gefallen das muss man mit schockt stimmt keine planken hier drauf auf dem grill nene 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 ich mich um elisim salber kümmern nur noch nägel und sand ich habe an kann ich man das ist ja fast drin ja damit wo mein gott war und die grau zu begeht welche überraschungen wer werde ich jetzt bekommen spiel spiel sparspannung und schokolade nicht zu wechseln mit fisch ja also viele rüben so viele rüben zu wissen das gibt eine ganze kiste voll fast mit rüben und kartoffeln und ich habe auch noch elf rüben ich habe so viele rüben weit geht wohin damit ich glaube ich muss ja ich habe eine gelbe blume daraus kann ich farbe machen ich will aber daraus keine farbe machen ich tue es ja einfach eine menge kisten bauen wenn man noch ein gegenstand sind nächste kiste wird mit federn bestückt ja ich meine ich tue jetzt hier ist jetzt zeug wir finden ich ist eine kiste gescheuert ja müssen wir wissen wollen als ist ja dann sehe ich an saniro ich bin der könig der welt da wird lassen lassen sich zeigen wie man das macht ja also wir auch schaden machen eine ahnung habe ich dich getroffen warum fliegt der feier bei so einem abgebild ja so abgewinkelt das hat man schwerkraft winkel scheiß auf gravitation aber federn fast noch perfekt denn irgendwie schaffe ich jetzt nicht mehr aus dem menü auszukommen okay ich habe gerade herausgefunden man bekommt keinen fall schaden okay warte mal oder oder ich versuche es noch mal da lass mich jetzt noch mal versuchen okay ich habe mich hier ich habe mich hier man kriegt wirklich fallschaden es gibt fallschaden geschwärter existiert wir wissen es ja das hat man doch gerade herausgefunden bei meinem abgewickelten schuss wow aber hey ich habe das bloß getroffen so haben sie den pfeil hier da ja wenn ich bin ja hier hier sie das an mal so weit war kann ich ja nicht einfach entfernt die treppe brauchen wir noch gar nicht so ich nehme jetzt mal den fall wieder mit und jetzt gehe ich nur mit gegnern so ein bisschen auf unter wasser herkommens tour aber reicht dort ja soll sie da wie es uns geordnet aussah unsere zweite etage ich habe meine treppe entfernt erst einmal aber gehen sowieso nicht da oben also ich stand da zumindest im letzten part noch oben um darüber nachzudenken vor was mir da gerade passiert ist ich mache mal eine gemüsesuppe kann es eine haben ich bin auch relativ voll ja ich habe sie nur angeboten bro so wie mache ich das jetzt na ich habe keinen platz vielleicht auch wenn ich das hier baue na gut na gut ok so klappt das ausgezeichnet weiß ich so schon immer erstmal die dinge wollen Gott. Ich muss mal einige Sachen irgendwann mal umdeponieren. Ja. Aber es ist jetzt reicht das. Pick-up, Gemüsesuppe. Wolle Gemüsesuppe. Hier, riech mal dran. Riecht gut, ne? Jetzt habe ich sie getrunken. Okay. Warte mal. Oh mein Gott, da sind ja wirklich nur Pfeilblätter drin. Ja, natürlich. Und da sind wir ja wirklich nur Steine drin. So. Wir haben einen Schmott. Schmott, ey. So, ich gehe mal nochmal auf Unterwasserabenteuer. Aber. Dammit. So, jetzt brauche ich wieder Holz. So, okay. Oh mein Gott. Ach, der Wetter. Dieser verkackte Hai. Das brauche ich wieder Kunststoff ist klar. Okay. Dann gehe ich mal auf die Insel. Viel zu holen. Holen gibt es ja nicht. Ich glaube, ich habe das schon alles abgeholzt. Nein. So, ich habe mich mal Kunststoff dahinten. Begleiten ist ein Fassenten in der Ferne. Der Prärie. In der Ferne. In der Prärie. Kunststoff. Vor. Ja, zwei Wassermelonen. Geh mal, das geht mal, das ist immer das. Na, die Kette sind wir nicht fertig. Schwimm mal ein bisschen ins offene Meer hinaus. Ich schwimme nicht so weit raus. Raus. No, 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 what happens. Schwimm nicht so weit raus, damit die Haie dich nicht beißen. Genau. Die können nicht anknuspern. Da! Aber wo anknuspern? Du hast was knusperknäuschen. Wer stimuliert da mein Häuschen? Was zum Arsch? Na, seid ihr völlig behindert, E-Maur-Royale? So, erstmal zwei Melonen auf einmal gegessen. Boah. Wie kannst du zwei Millionen Melonen auf einmal puttern? Ich habe sehr viel Durst. Vor allen Dingen Durst, ne? Ja. Da kommt die Pallers. Da ist alles gegessen. Ha, ha, ha. Ah. Das ist wie ich. Nein, ich kann die Pallersamter nicht mehr reinsetzen. Reinsetzen. Oh, ein Kupferwaren, den nehme ich mal mit. Na mein Gott, hier ist schon alles voll. Da habe ich überhaupt nicht. Ich habe gar nichts mehr. Wo habe ich irgendwo, wo ich das Zeige immer drin getan? Scharnier, Kupferwaren, rein damit. Mit, da sind noch, da sind noch mehr Steine. Und noch mehr Palenblätter. Daraus mache ich mir noch ganz viel Seil. 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 Seil, 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 seil. So, Federn habe ich auch noch genug. Rein damit. Apropos Federn. Frist hat. Nötig. Ist nicht tot. Wer ist schon weggeflogen? Hat sich das nicht mitbekommen? Werkzeuge, Waffen. Ich müsste mir irgendwann mal einen neuen Bogen machen. Aber ich frage mich schon, warum? Die ganze Zeit hier noch am Leben ist ja. Also, der Bogen, der hält relativ lang tatsächlich. Bist du auch bloß? Okay. Den Anker, ja. Ja, nicht in den Anker. Und das setzen wir die Segel. Zu neuen, unbekannten Felden. Oder sowas in der Art. Oh, noch mehr Rüben. Rüben, 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 Rüben. Mein Gott. Kommst du hierher? Ich brauche Fisches Wasser. Ich brauche mir den Dings hier machen. Ich brauche mir eine Kartoffel zu machen. Ja, da macht ihr mal eine Kartoffelsuppe oder geben mit. Da kann man schlafen gehen. Ja, übrigens, ich habe noch mehr als genügend Schalen in der Kiste links nebenan. Weißt du noch? Was du da reingetan hast? Ich habe mir gerade gesagt, dass. Was da reingetan. Die, ähm, hier die Tonschalen, die du brauchst. Also. Die stehen, die stehen in der Kiste hier, hier, direkt gegenüber. Okay, aber ich habe noch eine. Wie gesagt, das sind noch um die 15 Stück drin. Boah, ich bin eine Menge. Hm. Wir brauchen so viel frisches Wasser. Okay, das war schon. Ich gehe erstmal früh, ich gehe erstmal früh, ich mache erstmal angeln. So, was mache ich dann in die Kiste rein? Ich habe einen Lachs gefangen. Und dann haben wir noch so überwiegend hier. Und dann noch, warum sind hier Palmblätter? Wir haben noch extra ein Lager dafür. Jetzt. Boah. Hey, schau, schau, schau mich nicht so an. Ich habe extra ein Lager für nur Palmbäck. Das ist so viel. Ich tue schon ein paar Seile, ja, umwandeln, weil wir keinen Platz mehr. Dann haben wir gleich noch ein ganzes, die ganze Kiste voll mit Seilen. Ja, jetzt knabbert er daran. Du hast da. Du hast da geh, hey, ich bin hier am Ange. Ich habe euch ein Geräusch. Ich habe es nicht so. Ich habe es nicht so. Er ist auch nicht so. Ich habe es nicht. Und da rein. Schrott. Schrott. Ich bin also Schilder. Jetzt höre ich es. Nee, das Gräufe habe ich aber gar nicht gehört. Ich habe irgendwas anderes gehört. Was auch immer. Der Vogel ist tot. Du bist doch hier eigentlich. Ich glaube, ich habe das mal gebaut. Haben wir überhaupt eine Platz für Federn? Ja, haben wir noch. Aber langsam ist es auch schon voll. Warte mal. Hast du Hunger oder so? Übrigens, deine Suppe ist fertig. Oh, perfekt. Ja, ich habe gerade Hunger. Wie viel Essen, also Hungerleister hast du noch? Ich bin fast voll. Ich bin auch so gut wie voll. Also, erst mal trinken. Ich nehme mal ein paar Schalen. Ja, nimm dir ruhig. Und ich werde, wenn du welche brauchst, nehmen sie dir einfach. Wo sind die Rheikopf? Warte mal hier. Ich glaube, das stimmt. Warte. Haha. Ich mache es auch mal. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Sehr geil, ne? Sehr cool. Ja, weiß ich. Ich habe mir mal so eine Trophäe. Die waren irgendwann mal hergestellt, aber ich habe den nie benutzt. Aber keine Wände hatten. Ja, stimmt. Hast recht. Ja. Aber da kann ich nicht bauen, weil der Anker da ist. So. Mein Gott. Ich glaube, wir müssen unser Fluss irgendwann noch größer machen. Ja. Erst mal tun wir die Ordnung reinbringen. Dafür kommen die ganzen Kisten. Ich bin nur. Kümmerdorfer. Fünf Kisten schon hintereinander. Da wäre ich sehen, wie ich sehen in einen Kisten, irgendwas nicht da reingehört. Oh, 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 junge Leute. Da Niro is not messing around. Wenn ich nur eine Feder in einer, in einer Schrottkisten herein finde, der Dreht durch. Alter, komm runter. kommen runter alter ich will erst mal einen mango baum macht so mache ich jetzt auch gepflanzt ist das trinken schon fertig ich habe rausgenommen kannst du dann auch eben den den baum pflanzen gezeichnet man sollte eigentlich so eine tasse ist nicht einfach so dass du die einfach so rum ich einfach irgendwann mal abgestellt habe mehr lager schreibt sein und kunststoff kunststoff natürlich brauchte da kunststoff ich habe nur ein kunststoff warte weißt du was du hast es nötig in den kunststoff danke ist überhaupt genug nötig war ja habe ich aber leider nicht jetzt so die palmen zusammen schmeißt jetzt erstmal weg da ich sie erstmal nicht brauche das bist du ja die ganze zeit ja ja ich höre ihn auch genau im kopf treffen es reicht mir wenn ich einfach schießt na warum bewegen uns nicht hast du den anker gelichtet wollte ich gesagt nö eigentlich nicht es ist ja auch kein wunder dass wir uns nicht bewegen ja jetzt jetzt habe ich ihn gelichtet warum bewegen wir uns nicht war ein neues lot ja ich habe jetzt wieder weiter zeit zum angeln okay auch keine planken drin hallo ist eines zeugs endlich das zeug gefunden ob da kommt auf uns zu gemüse super vorbereiten gemüse nein die wollte ich nicht platzieren kunststoff wurde dich so was wollte ich mir noch mal erstellen ein kleines lager schrott sei schrott haben wir ja genug welche kids ja ich brauche ich brauche den kunststoff um das fluss zu vergrößern du bist für die ordnung zuständig und ich will die erweiterung ja mein gott was hier dann ja damit habe ich jetzt eingetragen also banken so viele sachen hier haben schmerzen die ganze zeit so haben wir das zeugs ja aber haben wir zeug wir haben zeug und ich sehe in der insel ich wollte gar mein nix raus holen also abgezischt ja weil ich es zuerst gesehen habe so mein gott sind die rüben schnell fertig deswegen wenn ich jetzt kartoffeln reinpflanzen ich wollte gerade kartoffeln reinpflanzen deswegen musst du jetzt die ernte gießen ich packe kartoffeln ich kann ein bisschen die insel die insel sei schon das fluss war größer an da müssen wir echt so ein stillsteht fest wir stellen es auf jeden fall besser als hat er nicht die trophäe an der wand gesehen hat er nicht gesehen hat passiert wenn er sich mit uns anlegt das hat ihn wahrscheinlich getriggert meine gefallenen brüder ja mein brett ist das hat man einfach nur no thanks bro ich bin nicht dein kumpel ich bin ich dein kumpel bro alle gehst du hier kannst du nicht mehr hier schließen manchmal ja das gerade was verloren gegangen ob das seil ist verloren gegangen was auch immer hier sind stein 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 steine steine da sage ich noch mal wir müssen den empfänger ja mal zum laufen bringen habe ich das gefühl und ja noch eine etage bauen ja wir müssen sowieso irgendwann noch mehr etagen bauen damit wir uns hier eine richtige bude machen können wir machen warum wir machen hier hier die prunke will will er will er auf see mein gott ist das ja mal den grad vor ist das gerade legen aber wer macht das hier zum versprungen die ganze zeit ja man macht bei mir auch das problem hat und das problem hat auch auch in dem fahrt gehabt hat mir ein koch richtig gut aber mir ist jetzt die ganze zeit die am länge bei mir ist alles voll zeit verzögert egal ich glaube ich sehe ich sehe ich glaube ich sehe gleich raus ich höre ich höre ich noch ja ich höre ich mein gott weil mir ist gerade heftig am länge ja wo er macht die ganze zeit ihre sprünge und ich muss doch was es auch nicht bei gott ja wenn ich das gar nichts drin es gab ein bisschen unspielbar für mich ich kann nicht mehr rennen und habe ich meine ich glaube man hat mehr so haben wir es jetzt ok ich glaube ich habe mal wieder ok da oder ich sehe ich scheiße ich möchte ich verdurste also ja erst noch ein paar melonen also waren die noch mal ich bin gleich da kurz geduld insektennetz nützlich um insekten zu fangen netzwerfer und tiere zu fangen ok jetzt geht es mir besser kamin warm und gemütlich und planken schock und ton so ich fokussiere mich erst mal hier um aber immer noch planken nähne naja ist auch noch ein leeres lager da kann ich doch perfekt und woanders passiert ja ja kannst du ruhig machen wenn man da schönes rein heute haben wir ja noch nicht planken bauen wir ja die ganze zeit und kunststoff auch ja würde ich sagen machen machte noch eins der kunststoffe 1 zu planen aber die wollen wir die ganze zeit ich weiß irgendwann werden wir wenn wir mal wieder so viele haben haben dass wir gar nicht mehr wissen wohin damit darfst du nicht vergessen hast du eigentlich hunger oder oder beziehungsweise du hast nicht mehr ich habe es nur gemüse super welcher bin ich noch drei fische schon steinlager gott gott ich sehe mal wieder rat findet jetzt habe ich jetzt habe ich ein paar jetzt habe ich ein paar getoffeln die kleine tasse werde ich glaube ich nicht mehr brauchen ich denke mal nicht vielleicht höchstens zum zum gießen noch hier glas riesenmuschel da für das vogelnest für die nester ich glaube mal was du auch machen könntest du könntest auch mal dass eine kiste machen für für gegartes essen machen gegartes essen ich habe zuvor gemacht wir sind nicht immer bei weisen weise wieso ich habe 9 9 gegangen gebraten geflügelschenkel warum soll ich die essen ich habe einen vollen magen wie gesagt ich bin voll bei beidem also beziehungsweise bei allen ich habe ich habe ich habe volles trinken ich habe vollen magen und ich habe auch volle gesundheit hat alles bei mir ist voll 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 ja schon extra der christopher kartoffeln und rüben ja gemacht ja 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 die ist voll mit kartoffeln und rüben das war mit kartoffeln mit rohen kartoffeln kommen da noch mal meine rohen rüben rein da kommen hier noch nur noch die gegarten kartoffeln rein die gegarten kartoffeln wenn ich weiß da ist das gegarte kartoffeln da eigentlich nicht reingehört aber ich mache es trotzdem aber schlafen gehen ich sehe nämlich nichts schlafen gehen und durch geschlafen zeit fürs frühstück heute gibt es gibt es gefühlt schenkel noch mal richtig wieder zeugs ja nein ist eine insel und dahinten kommt zu euch wo wir mal eher hin die insel auf der zeug auf der insel gibt es auch zeug aber auch im ozien gibt es auch zeug und zeug aber nicht doch noch mehr ich weil ich warum heißt es euch überhaupt zeug ich weiß es nicht habe ich da kein wasser reingetan wenn ja dann tut kein vogel landen vielleicht war die fackel direkt daneben steckt meinst du ich komm doch nicht hoch doch ich komme ich komme da wohl hoch sehr gut aber gar keine treppe warte mal ich will ich entferne mal das feurchen und tust woanders hin tust mal hier hin so na nein 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 ich will ich will nichts darüber hören na 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 wer hat den anker darunter gelassen ich war es jedenfalls nicht kein wunder dass wir uns nicht bewegen liegt daran weil immer hier die schmelze immer in der nähe ist nicht drückt aus versehen den anker immer anstatt die schmelze so jetzt kommen wir eben auf den lud so der lud denn der lud tut gut aber alles gegossen mein damit mein david ich brauche alles damit ich unser floss erweitern kann ich habe die kurationspaket bekommen was sie was drin ist ja zum kerzen ständen da ist noch so einen schönen tisch beleuchtung kerzen ständer für ein dinner bei kerzenlicht ja so ich will ich einen kerzen ständer machen wenn wir dann die sparen warme licht der kerzen empfängst kann so machen wir haben genug schreit also nein hatte ich nicht vor ich wäre jetzt nicht hier um hier mega mäßig was zu kraften ich habe gerade überlegt und wie ein paar sachen hier zu machen die wir hier von über übermäßig haben also wird hier das ist ein deutscher knopf da kann man sich vielleicht irgendwie ein sofa machen hier nun glauben sie unser kunde bestellt ein sofa b einen teuren hat oder c einen burger du lässt uns nie im stich ich tue mal die kleine grille ja abreißen ich tue immer irgendwo rein machen wir sowieso eine merne ja ich könnte mal gucken ob ich irgendwie noch einen zweiten großen machen kann aber auch nicht eigentlich aber ich nehme ihn dir ruhig ich möchte mal irgendwo anders hin platzieren und zwar ich könnte tatsächlich noch einen zweiten grill machen machen aber dafür bräuchte ich noch ein paar nägel und ein paar metall waren warte ich habe gerade in planung aber ich habe doch irgendwo ich werde mir mal ein paar teilbahn nehmen ich mache es mal ein bisschen gemütlicher für uns ein bisschen gemütlicher ja wie cool da kannst du das hier ist mein bett das ist dein bett und hinter dir steht ein grill weil man so wie die machen mache ich mir nochmal nägel auf schrott davon noch ja wo war die schrottkiste dass die seilkiste dass die schrottkiste die mama noch zum zweiten fortgeschrittenen grill dann können wir halt noch mehr essen machen naja ich glaube ich auch nachdem ich um wichtige sachen die ja und ich sammle hier vor allem gerade die ganzen wichtigen loot ein aus fässern und aus kisten und lassen ja und aus modernösen schweißgeräte und hast du nicht gesehen so wer würde mich wenn er mich entschuldigt ich mach mal eben ein sind gemacht hat und gemacht so platz da da war ich ein haier oder der sack aber keine sorge das floß ist jetzt gerade schon wieder größer geworden und sie sich das einer an sie sich einer unser floß an und wenn du mal bedenkst wie klein wir angefangen haben ja ja haben und was wir jetzt haben dass sie sich hier ist und so okay so so richtiges imperium vor allen dingen noch besser wäre es gleich wenn der lachs fertig ist und sagt eigentlich hier zur dekoration die ich als hingepackt hat das ist eine cool dekoration ja da sieht er doch schön gemütlich aus wir machen es uns jetzt schön ja ich muss sowieso warten bisher aber viel drin ist jetzt zeugs angespült wird brauchst du essen brauchst du mehr essen oder oder mehr trinken im moment bräuchte eigentlich nichts alles über die hälfte na gut dann dann gönne ich mir mal eben meinen gebratenen lachs so habe ich noch für nägel schrott drei stück monster monster okay ich habe eine pflanze ich versuche mal auch mal was habe ich habe auch eine dekoration idee lagge argentinien das wir argentin in die flache so soll hier heute 2 so war hingestellt ja so wird zeugs und die angeschwungen ausgezeichnet was geht ja das ist das leben naja das ist ein schönes leben naja naja nur gehalberte ich muss man ja weiterhin die dinge da bin ich ja dann baue ich will die treppe bauen glaube ich obwohl die treppe brauchen eigentlich nicht nur können darauf springen eigentlich normal ja dann versuche ich meinen dritten stock zu machen ich will damit mit diesem blöden empfänger hier so schnell wie wirklich mal erledigen sag ich kann doch darüber bauen hat mir doch irgendwie nicht der anker dazwischen ist ich brauche heute ich bin nur holz hier da ist ja auch ganze oh mein gott guck dir das an ich setze mich auch so farb ich muss jetzt mal hinsetzen bei dieser sicht ja ich glaube da werden wir eine lange zeit beschäftigt sein ich glaube auch aber da ich glaube das ist das ist etwas das können wir uns für den nächsten paar aufheben ja wir haben noch 15 minuten so ungefähr also ich möchte will ich nicht sagen dass ich diese insel jetzt machen möchte aber ich möchte diese insel jetzt echt nicht machen ja wir können ja schon mal da hingehen ja ich werde ich werde weiterhin hier sitzen bleiben ich werde mich hier nicht fortbewegen da ist wie ich es keine planke drin oder irgendwie kann ich mit der schmerzen nicht interagieren wahrscheinlich weil da keine flanken drin sind oder oder hast du kein oder hast du kein material ich habe kopf war ja der ton ist da das ton das ton aber wir steuern genau auf die insel zu setzt mal den anker ja noch ein bisschen mehr ich will will nicht so nah dran sein weil weil ich habe da auch geier gesehen sagen wir müssen zum schmerzen sand haben wir noch daraus können wir glas machen ja aber erst mal schlafen gehen mein gott ist das romantisch das ist so romantisch daniel das ist so romantisch da muss ich meinen trinken und noch ein und noch ein hey gibt mir auch was ab nein jetzt hast du jetzt hast du alles weg gesoffen ja denn der menge durst ok ich habe auch eine menge du hast nicht nur im spiel sondern auch hier war eigentlich erst mal ja alles ernte mal alles und pflanzt neu an habe ich auch schon getan so karte kartoffeln ok kann ich noch eine links bauen schrott war oh mein gott ich habe ich habe gar nicht mehr daran gedacht dass ich dass ich jetzt 12 gebratene hähnchenschenkel hatte ein tisch um dinge darauf abzulegen warm und gemütlich ein lager brauche ich die ganze zeit das kann ich dann nehmen wir mal die ja ich habe den wald eingehen also alles nicht bewässert hier sehe das mal an überlebens tage 40 41 wir haben 41 tage überlebt das ist ein kalender hier steht 41 ich habe einfach mal die zeit genommen einfach mal ein kalender zu machen weil wieso denn auch nicht danke hat es ja jetzt wir jetzt hängt es gerade an bei mir auch ein bisschen zu slowdown nimmst du ruhig ich habe ich habe ich habe voll essen ich habe mir mehr durst als hunger gut damit ich erst mal vor der nase voll und warum 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 na warte ich habe mir habe ich habe ich habe einen von gottes unschuldigsten tieren getötet und es hat mir gefallen jetzt gemacht der weggeknuspert kannst du mal reparieren hast du doch voll zu legen soll war wir hatten der weggeknuspert ich habe kein kunststoff ich brauche noch ein eimer kunststoff hast du noch einmal kunststoff ich habe sogar fünf ja ich gerade nicht nein nein der kunststoff ist weg da schwimmt da noch irgendwo aber ich sehe ihn nicht ich habe ich habe der neue ok jetzt habe ich ihn oh mein gott jetzt ruckelt das gerade bei mir wieder schatten unserem floß unseres floß aussieht auf dem boden dass wir am puffer fisch hier schon wieder so eine ich weiß nicht ob man ihn töten kann oder fangen kann der platz gemacht wenn ich will los geht hey so kaputt gegangen und man hat man ja auch aber blöd wie ich damit aber der bräuchte schrott wegen den nägeln so wirst wie ich gehst du weg lasst mich hier lohnen unter wasser oh gott ich bin am betreten ich verdurste und es leckt bei mir ich nehme ein bisschen auf die insel mit dem wort machen nennen versuchbar ein paar wollen mit ab zu holzern wie soll ich holzern wie soll ich da immer von von hier aus wenn irgendwie war da war ich weiß es doch nicht geh von der insel runter wir machen es im nächsten part gerade mal kannst du erwarten schwein von hier abschließen das genau hier irgendwo und das ist auch mein gott ist das schnell das ist schon hinter dir hier geht er weg schreckt das war zum schwein ist viel zu schnell ich glaube dafür brauchen brauchen wir diese fangen netze ich glaube diese netzwerfer nicht er hat fangen kann es weise nicht schrott kunststoffen metallbahn und zwei bolzen da brauchst du eher so für die ziegen und soweit alles her jetzt könnte man halt mal versuchen da ich glaube auch mal irgendwann letztens habe ich mal gehört zum ausprobieren gefunden aber ich konnte damit nicht interagieren jetzt habe ich noch weiße blumen aufgenommen okay das brauche ich noch für ein netzwerfer ich glaube die erste große ein mittel war nicht kurz okay okay ich versuche mal so ein netzwerfer zu bauen da habe ich hatte so ein ding damit einfangen kann es ist ein bisschen aggressiv das ding wir wissen es halt nicht mehr wenn wir es nicht versuchen wenn wir es nicht herausfinden wer dann vor allen dingen wo sind wir jetzt überhaupt unsere ressourcen sind überhaupt unsere mitteilbaren und so nehmen da ich habe sie gesehen neben der schmiede sind die drei ich habe sie gefunden also ich fange jetzt auch langsam an mal ja so loben sagen und soweit einzusammen warum nicht wenn wir genau brauchen ich brauche noch einmal kunststoff und noch einmal schrott damit kann ich nicht den doch kunststoff habe ich also ich brauche einmal kunststoff auch dann kann ich nicht diesen netzwerfer bauen obwohl kunststoff groß mir nicht bringen das kann ich mir eben selber auch ich glaube ich hatte damit das mächtige wachsenschwein einfahren kannst ja trotzdem was man muss es einfach versucht ich habe keine munition dafür auch seine funktion dafür netzwerfer alleine das reicht nicht ich habe keine munition dafür auch seine funktion dafür netze wenn ich das würde wenn ich das würde wüsste würde ich dir sagen warte mal was ich machen könnte ist ich könnte mal versuchen das teil zu erforschen erforschen vielleicht finde ich ja dann heraus was man dafür braucht dann kann ich mir erforschen schade ja aber wie gesagt hat diese riesen insel das wird und unser nächstes ziel sein für den nächsten part darf es jetzt zwei ganze millionen mein name ist dann die europäische zwei ganze belohnen auf einmal zwei ganze melonen auf einmal naja doch köstliche steinfall dann habe ich aufgehoben hat versucht das ding abzuschicken ja gut da hast du noch irgendwelche abschließend wollte ich setze mich mal auf so fort man muss auch so versetzen kommt da haben wir doch wieder wieder ganz viel erreicht diese diese insel hier das wird unser nächstes ziel sein da ganz oben gehen wir hin da ganz oben und noch viel weiter ich bin metal barrio master und ich bin dann die eip und wir und jetzt sagen wir tschüss 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 bis zum nächsten part